Beef in der Ampel. Christian Lindner will den Solidaritätszuschlag abschaffen. SPD und Grüne aber nicht. Vor allem Olaf Scholz nicht. Der hat sich als Finanzminister aber noch selbst dafür eingesetzt. Jetzt schlägt Christian Lindner ihm aber ein gemeines Schnippchen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über Beef in der Ampel. Es geht um unser Steuersystem, um den Solidaritätszuschlag. Bevor wir aber dazu kommen, erlaubt mir eine Anmerkung in eigener Sache. Kennt ihr eigentlich schon meinen Newsletter? In meinem Newsletter schreibe ich nämlich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare rund ums Thema Wirtschaft, Politik und Geld. Hier eine kleine Übersicht zum Beispiel zuletzt über das Rentenproblem und was unsere Wirtschaftsweise dazu gesagt hat. Ein Lösungsvorschlag für die Erbschaftssteuer oder ein Porträt der russischen Zentralbankerin. Die Link dazu, um das auszuchecken, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Der Vorteil mit einem Abo beim Geld für die Welt Newsletter unterstützt ihr auch den YouTube-Kanal Geld für die Welt und den gibt es nur dank eurer Unterstützung. Jetzt aber ans Eingemachte. Die FAZ titelt Solidaritätszuschlag sorgt für Streit in der Ampel. Das Bundesfinanzministerium zieht sich aus einem Gerichtsverfahren zum Solidaritätszuschlag zurück. Damit revidiert FDP-Finanzminister Lindner Kühl eine Anordnung von Olaf Scholz und brüskiert damit den SPD-Kanzler. Vorneweg, der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent, die auf die Einkommenssteuer, die Körperschaftssteuer und die Abgeltungssteuer oben drauf kommen. Allerdings nicht mehr für alle Steuerzahler, sondern nur noch für die obersten 10 Prozent. Für die Topverdiener, für die untersten 90 Prozent, wurde er abgeschafft. Also der Solidaritätszuschlag ist, wenn man so will, eine Topverdienersteuer, so wie es ihn heute noch gibt. Aber er ist unpopulär. Christian Lindner will ihn eigentlich abschaffen. Hat das zuletzt auch nochmal bekundet zum Jahreswechsel. Lindner will Solidaritätszuschlag abschaffen. Er sieht den Soli als Instrument, um die Wirtschaft anzukurbeln. Lindner schreibt nämlich, auch im Interesse der Wiederwahlchancen der Koalition wäre ein Wachstumspaket für mehr Dynamik und Wirtschaft empfehlenswert. Und dafür will er eben dann den Soli abschaffen. Es ist eigentlich, wenn man es ökonomisch durchdenkt, klassisches Trickle-Down. Also wir entlasten die Topverdiener und hoffen dann darauf, dass die die Wirtschaft dann wieder ankurbeln. Dabei wäre zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Wirtschaft, für die Kaufkraft viel besser. Denn wenn man die Topverdiener entlastet, sparen die einen großen Teil davon. Dann geht das Geld einfach sozusagen raus aus dem Wirtschaftskreislauf. Wenn man die Mehrwertsteuer senkt, dann erlaubt man auch der Kassiererin und dem Handwerker und der Rentnerin, deutlich mehr Geld auszugeben, deutlich mehr nachzufragen. Und das pusht die Wirtschaft viel, viel mehr, viel, viel direkter und viel, viel besser. Tatsächlich hat die FDP sogar gegen den Solidaritätszuschlag Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das war noch 2020. Die FDP argumentiert, dass mit Auslaufen des Solidarpakts 2, den sollte der Soli nämlich, oder hat der Soli finanziert, mit Auslaufen des Solidarpakts zum 31. Dezember 2019 sei es folgerichtig gewesen, den Soli auch entfallen zu lassen. Olaf Scholz hat sich dagegen entschieden und das nennt die FDP verfassungswidrig, beziehungsweise erhält es für verfassungswidrig, hat deswegen Beschwerde eingelegt und sagt, der hätte damals fallen müssen. Also es ist ohnehin FDP-Position, gegen den Soli zu sein. Klar, also eine Steuer-auf-Top-Verdiener ist natürlich für eine FDP, die Lobbypolitik macht für den, den es sowieso schon gut geht in diesem Land, folgerichtig. Nur gibt es jetzt ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass es in der Koalition überhaupt keine Mehrheit dafür gibt. Und das hat auch Christian Lindner zuletzt selber festgestellt und mitgeteilt und deswegen Abstand von diesen Steuersenkungsplänen genommen. Fachleute bei ihm im Ministerium haben Wachstumspaket eben ausformuliert und da war das ein Vorschlag. Aber er hat erkannt, gut, es gibt keine Mehrheiten dafür, also weg damit. Lindner sagt, solange es bei den Koalitionspartnern kein neues Denken gibt, also solange die nicht dafür sind, konzentriere ich mich auf das Erreichbare. So, und das Erreichbare hat jetzt einen H, beziehungsweise hier hat es eine große Fußnote verdient, denn daraus wird jetzt, eine ziemlich eigenwillige Interpretation von Christian Lindner, ein Rückzug vom Bundesfinanzministerium in einem laufenden Gerichtsverfahren beim Bundesfinanzhof, dem höchsten deutschen Steuergericht. Da hätte das BMF, das Finanzministerium, eigentlich auf der Verteidigerseite gesessen, hat es bisher auch, als Olaf Scholz noch Finanzminister war, aber Christian Lindner hat jetzt seinen obersten Finanzbeamten zurückgepfiffen und wird nicht an der Verteidigung teilnehmen. In dem Verfahren geht es darum, dass die Richter dann am 17. Januar verhandeln wollen, ob der Soli nach Auslaufen des Solida Pakt 2 für den Aufbau Ostende 19 noch verfassungsgemäß erhoben werden darf, oder ob nicht die Geschäftsgrundlage entfallen ist. So sehen es nämlich Kläger aus München. Interessant, es geht also jetzt nicht um die Verfassungsbeschwerde von der FDP, sondern ein Ehepaar aus Aschaffenburg hatte 2019 vom Finanzamt einen Vorauszahlungsbescheid für die Einkommenssteuer samt Soli für die Jahre 2020 und 2021 bekommen und nicht akzeptiert, dagegen geklagt und vor Gericht gezogen. Die Verhandlung dazu findet bald statt. Und de facto bedeutet das, wenn der Bundesfinanzhof jetzt so entscheidet, dass Christian Lindner quasi über dem Bundesfinanzhof Politik macht. Politik gegen die Ampelkoalitionäre. Warum Politik für die Topverdiener? Nicht nur ist es so, dass die obersten 10% der Einkommensbezieher den Soli nur bezahlen. Nein, nein, also es ist eigentlich noch viel krasser, denn 60% des Aufkommens des Solidaritätszuschlags zahlen die Top 1%. 90% zahlen die Top 5%. Also es ist wirklich eine Einkommenssteuer für die Spitzen, Spitzen, Spitzenverdiener in diesem Land. Das Pikante daran, wenn der Solidaritätszuschlag fallen würde, würden SPD und Grüne den gerne einfach ersetzen, indem sie das bei der Einkommenssteuer anpassen, indem sie dann zum Beispiel den Reichensteuersatz anheben und den Spitzensteuersatz, um das eben zu kompensieren. Nur, Christian Lindner würde das höchstwahrscheinlich blockieren. Christian Lindner ist ja gegen Steuererhöhungen und er sieht es ja gerade als Instrument, um die Einkommenssteuer zu senken, um sein Klientel glücklich zu machen. Kein Wunder, denn die FDP steht in Umfragen relativ schlecht da. Christian Lindner hat auch bei seiner eigenen Partei und Wählerschaft Probleme, weil er als Schuldenkönig gilt und weil er Sachen mit durchgedrückt hat, die seine Wähler eigentlich gar nicht so dolle finden. Deswegen ist das jetzt vielleicht sein Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und es könnte richtig Probleme in der Ampel erzeugen. Wie schätzt ihr das ein? Hat das Potenzial, die Ampel tatsächlich zu sprengen? Ja oder nein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir bleiben am Ball, werden sehen, wie das Verfahren ausgeht und wie der Streit in der Koalition weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und empfehlt den Kanal weiter. Ansonsten hoffe ich, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Video. abonnieren und lasst ein aufvor final. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute. Vermö Fifth Absage. Brüko. Even wenn die Koll爱 ist, arbeite und wie ein Bauch ein degrees westradius zu rockets. 걸ico organisieren. e Ku ярer Leinland? W tin? Es caht šit? Bes Babe richtig ist eine stopsmannsituation. Murphy ist uns beim nächsten Malえ ran.